Hallyhallo liebe Blog-Man und Willkommen zurück bei CraftnTV Let's Adventure Together Und diesmal dabei das Veramay und das Muppets aka Narashika das allererste Mal die hat ihr, 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 ein Comeback ist es nicht, jetzt ist es mehr ein Debüt, oder? Ja, genau, sowas in die Richtung. Ja, wir spielen hier Elemental Pirates, die Adventure-Map blind im Dunkeln, düster und ja, äh, Fangen wir mit unseren Regeln an. Äh, bla 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 watch video 1. Ja, also im Grunde die ganzen, äh, Regeln lesen. Fangen wir damit mal an, indem wir warten bis die Karten gerendert sind. Ja, ja, score system, collect gold nuggets, these are hidden, good luck finding them, schön. Ähm, also auf gut Deutsch gesagt, ähm, es sind gold nuggets versteckt und wir müssen sie finden. Genau. Das sind die Punkte. Ja, diesmal sind das unsere Punkte. Äh, Regeln. Zerstöre, also nur zerstören Bilder und Kleeblöcke. Keine Blöcke setzen, äh, außer es wird, äh, verlangt. Es, wir dürfen, ähm, Torches setzen und Redstone, aber wir dürfen sie nicht mehr, ähm, zerstören, wenn wir sie gesetzt haben. Ähm, wir sollen auf Peaceboy spielen, ähm, das Texturmpack, das wir hier, äh, also das die beigelegt haben, sollen wir benutzen, das tun wir. Äh, äh, play on 0 bis 50, Britness, ne, also die Helligkeit von 0 bis 50. Sprich, Moody, oder gar nicht, oder, ne, wirst du? Ja, ich denk Moody, oder? Also für die beste Spielerfahrung. Ich hab jetzt Moody. Ich auch. Wie sonst auch, kann ich heute leider mal zeigen. Äh, äh, use the score checkpoint system, minecart plus chest, have fun, okay. Äh, post your score in forum, das werden wir tun. Ähm, map by the cleaner, victoro, loco und Barthofi 95. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Da hab ich dir eine Cut nochmal aufgerufen. Ja, dann packen wir uns alle da rein. So, dann, äh, Watchvideo 1. Jetzt mal, wenn ein Video kommt, mach ich Cut. Diesbezüglich werde ich eventuell nicht ansagen. Sehen wir dann, je nachdem, wie ich das einleite. Auf jeden Fall, genieß das erste Video. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ich hab's. Ja, ich hab's. Das ist Zeit für das. Auf jeden Fall, das ist die Hauptsache. 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 Das ist das, was ich lange, bis zum Leben zurück nach dieses großartigen Land zu machen. Auf auf das Ufersteil, auf dem Land zu sehen. Das ist die Luftgewünfte. Das ist das so, wie ein Blöck für die Luckste. So, also als nächstes, ähm, nein, also erst mal das Video, da ging es dann darum, dass wir in einem Schiff angekommen sind, weil wir, ähm, das sind wir aufgewacht, haben aus dem Fenster gesehen und haben dann diese Insel hier erblickt und sind auf der Suche nach Schätzen, also als Piraten unterwegs, so wie es aussieht. Und, ja, so ungefähr habe ich das verstanden. Jut, also hier ist für, ja genau, wir haben ja noch einen Leuchtturm gesehen, prima gemacht, Möppels. Ja, auf jeden Fall die Map ist, wie man sieht, für vier Spieler, das hat man jetzt vergessen anzusagen, also jeder Spieler eine Truhe mit Ausrüstung, die es sich mitnehmen darf und wie ich sehe, sogar einen Punkt, also, äh, ich sammle die Nuggets, oder? Ja, der wohl halt am wenigsten stirbt. Habt ihr auch Nuggets? Ja, einen, warte ich, zieh mich kurz an. Ich fühle mich sonst so nackig. Hab ihn dir schon gegeben. Ja, ich muss erst mal meine Penta sortieren hier. Ja. Wie schön, was läuft hier. Also ich denke mal, mit der Schaufel darf man auch nur bestimmte Schle... also nur die Kleddinger aufmachen und so. Ja, vermute ich auch. Wir sind wahre Piraten mit einer Schaufel. Und ein Moltschwerf. Also dann würde ich sagen, fangen wir an. Ähm. Ja, schauen. Informationen suchen. Hier lang. Tipp. Wenn du mich noch mal schubsen und mich fast ins Wasser schmeißen, als ich dir den Kopf kriege. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst mal zurück an unser... Brotier immer. Brotier. Ach ja, wir spielen auf Peaceful, also das ist auch an der Karte angegeben. Ja, da frage ich mich, wofür wir die Waffen brauchen. Ähm. Da frage ich mich auch, aber okay. Eine, vier, 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 vier... Stimmt. Bild. Darf man zerstören, ne? Schwerter. Steinschwerter sind hier drin. Sollte dann aber auch schon Sinn machen, das Bild. Also ich sehe so schon, dass hinter diesem Bild nichts ist. Ich muss immer zerstören. Also hier ist eine Truhe mit zwei Steinschwertern. Und hier auch. Also würde ich sagen, nimm dir, dass ich noch eins mit. Ich weiß zwar nicht für was, aber... Weil die es können. Genau. Ah, hier. Video Part 3. Watch Video Part 3. Alles klar. Bis gleich. Hey. Das Video hat sozusagen gesagt, dass hier einer ist, der ähm... Sohn sagt, dass wir herkommen, sollen uns hinsetzen. Ähm. Er meint, dass wir ein Pirat sind. Und er kann uns was über unser Equipment erzählen. Er erinnert sich an den Tag, als er noch selber Schätze gesucht hat. Aber jetzt ist er zu alt dafür. Ähm. Er würde uns aber helfen und hat einige Chests, ähm, also Kisten hier im Umkreis gesehen. Und hat sie mit einem roten X markiert. Jo, ähm... Wir sehen, dass man halt der Schaufel hier... Ja, genau. Auf Kürmerkern. Ähm... Und man soll anfangen am Wasserfall. Jo. Alles klärchen, Pupörchen. Jo, jetzt gehen wir aber da noch lang und gucken noch ein bisschen, was ist da? Ist da was dahinter? Ja, da ist was dahinter. Gold Nuggets, drei Stück. Alles klar. Ja, wer nimmt die mit? Du, ne? Ja, ich. Ich bin der Punkt zusammen. Da sind wir schon bei... sechs. Gut. Hier hinten... Irgendwer haut dir die Bilder ab. Ach, ne. Ich bin heiß zu brau. Genau, Möppels ist zum Bilder abhauen. Ähm, verdonnert. Die darf alle Bilder wegkloppen. Oh, ich kann das nicht machen. Gut, also... Ah ja, wir müssen aufpassen, dass sie überall, weil hier überall Fallen und so versteckt sind. Und das ist... Stand da auch noch so. Ich könnte mal hier runter. Töte dir. Ich töte dir. Warum wär's ins Wasser gefallen? Oh, mit der Truhe. Drei Gold Nuggets. Ist was... Was ist passiert? Nein, aber... Schubst mich die ganze Zeit. Nein, tue ich nicht. Ja, wenn du Gold Nuggets... Dann nimmst mit. Oh, wow. Ähm... Ihr müsst mich hier wieder rauswohnen. Hier ist ein Tortues drin, der nehmt mich mal mit. Weil... Ach, ne, ich hab hier einen Knopf. Okay. Das war's? Das waren dreimal fünf Tortues. Ja, dann lass mal zu diesem Turmruball, war ja irgendwie was. Weil wir es können. Gut, Jasmin. Du bist für die Bilder zuständig, ich mach Fackelsätzen. Wie wär's? Und dann, wo sammelt die... ganzen anderen Sachen? Und zusammen machen wir Bullshit. Genau. Ein Häuschen. Ne, es kam gerade für geil. Und es ist mal drin. Tut mir leid. Ah, hier ist Essen drin. Schön, mitnehmen. Vier Stück, also... Aber schon komisch, dass es dann auf Peaceful steht, weil das brauchen wir ja dann alles nicht. Also, Essen braucht man so oder so, wegen Nahrung. Achso, nee. Das regeneriert sich doch. Nee, das heißt, ja, Ding, das hatten wir doch auch mal das Problem, wie so. Wir haben ja eine Adventure Map gespielt und da hat es sich nicht generiert, weil nur die Monster ausgeschaltet waren. Ja, okay. Hier geht's also nach oben in den Leuchtturm. Und hier ist ein Schalter. Oh. Light Control, on oder off. Und hier ist Video Part 2. Hey, lad. What are you doing here? Can't you see we're closed? You should be heading back home, lad. This is no place for you. These lands are haunted, you see. Pack your things and go while you still have the chance. Hey, hey, hey. You don't want to end up in a dead Manchester, do you? Aye, that's right. Get out of here and leave your ancestors' booty alone. Arrgh. Also, in diesem Video ging's darum, dass uns jemand angesprochen hat und was fragt, was wir hier machen. Kannst du nicht sehen, dass du zu nah stehst? Sagt, das schreite uns an. Wir sollten zurück nach Hause, weil das hier kein Problem ist. Platz für uns ist. Und, ähm, ja, dieses Land, ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll, ist ein, 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 ein gejagtes Land oder, 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 wie sagt, wie könnte man das nennen? Ähm, ja, irgendwie, ähm, also wir sollen unsere Sachen packen und, ähm, solange wir noch die Chance haben, weil, äh, wir sonst, ähm, in, wie ein, äh, dead man's chest, also wie ein toter Mann in der Kiste enden. Cool. Also sollen wir ganz schnell verschwinden. Ja, irgendwie sowas. So in etwa. Lisa, was mach ich? Waffenswitching, schön. Gut, also wir sollen verschwinden. Okay. Hier ist nix dahinter, aber ich denk, wir machen mal das... Hat jemand diesen Scheiter betätigt? Nein. Nein. Schön. Wer, wer betätigt ihn? Ich. Irgendwas hat gemacht, ich hab's gehört. Ja, schlubst mich runter. Ich hab die selber runtergefallen. Ja, ich seh... Muss man Turn anhauen. Geil, ich tue mal so, als ob ich das nicht sehen würde. Ja, ich seh's auch. Aber hier ist irgendwas, ist grad passiert. Was seht ihr? Hier ist nochmal ein Schalter. Ich, äh... Da ist ein Bug, ich seh die Außenswelt, sagen wir's mal so. Hier ist nochmal ein Schalter. Ich, äh... Wo? Hier, Boden. Dann mach ich's halt. Nein, nein! Ich hab ihn geöffnet. Und was haben wir jetzt geöffnet? Hier, ein Raum. Kiste. Schön. Drei Punkte, damit sind wir was zu tun. Schön. Also, und da wir ja jetzt sozusagen zwei und bei drei waren wir ja jetzt schon, dann würde ich sagen, gehen wir... Über die Dinger hier. Ja, jetzt wieder zurück. Oh. Zum Wasserfall erstmal. Weil der hat ja gesagt, wir sollen am Wasserfall anfangen, zu suchen. Warum vertrauen wir denen? Der kann uns auch in den Tod schicken. Könnte. Das stört mich irgendwie gerade, dass man, äh, dieses Scheiße da sieht. Ach, dann guck doch da nicht hin. Dann ist es nicht. Ich muss aber zwangsweise lang gucken. Da ist ne Hügel anscheinend. Wo? Da drüben. Da drüben. Auf der anderen Seite. Ja, da. Da drüben. Ja. Ja. Wasserfall. Ja. Wasserfall. da drüben. Da drüben. Da drüben. Da drüben. Da drüben. Da drüben. Immer dran denken. Man kann sich zusammenbleiben. Lauf. Nicht gut, glaub. Kann man eh nicht runterbreiten. Trotzdem. Wir sind schon mal Rätstundtort. Schaffen wir mal irgendwie. Wir sind irgendwo jetzt im Berg, so wie es aussieht. Ich würde sagen, das ist eine, äh, eine Stadt so, dort. Ja. Hier müssen wir uns für der Video watchen. Bis gleich.